Musik Musik Das ist ein besonders schöner Glaspokal aus der Zeit des Barocks. Er hat einen glatten Fuß mit einem umgeschlagenen Rand, einen hohlen Balusterschaft und einen Ring. Die Kuppa, das ist dieser obere Teil, ist reich verziert und oben abgeschlossen wird der Pokal mit einem flachen Deckel und einem Spitzknauf. Musik Hier neben haben wir ein Holz-Etui. Dieses Holz-Etui gehört zu diesem Pokal. Es ist etwas ganz Besonderes, denn dieser Pokal passt in dieses Etui hinein. Warum gibt es so etwas? Es ist ein sogenannter Reisepokal und in dieser Ausführung ist dieses sehr, sehr selten. Der Dekor ist bestimmt von Blumenranken und allegorischen Figuren, die durch den Schnitt besonders herauskommen. Das älteste, nachgewiesene, geschnittene Stück Glas kommt aus dem vorderen Orient und ist aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Die Technik des Glasschneidens ist in Vergessenheit geraten und erst Kaspar Lehmann konnte am Ende des 16. Jahrhunderts, Anfang des 17. Jahrhunderts, diese in Vergessen geratene Technik wiederentdecken. Kaspar Lehmann wurde zwischen 1563 und 1565 in Uelzen geboren. Er stammte aus einer alteingesessenen Ratsfamilie und er ist von Uelzen aus nach München gegangen und hat dort in München das Edelsteinschneidehandwerk erlernt. Der Erfolg für Kaspar Lehmann war überwältigend, denn er leitete mit dieser Technik eine ganz neue Epoche der Glaskunst ein. Vom Kaiser Rudolf II. wurde er mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet und in den persönlichen Adelstand erhoben. Er nannte sich fortan von Löwenwolde nach seiner Heimatstadt Uelzen, die noch heute in dem Wappen den Löwen mit dem dahinterliegenden Wald zeigt. Von Kaspar Lehmann sind bis zum heutigen Tage ganz wenige Arbeiten erhalten, beziehungsweise Arbeiten, die man ihm zuordnen kann. Was hat nun dieser kleine Rubin-Glas-Pokal mit Kaspar Lehmann zu tun? Ganz einfach. Kaspar Lehmann hatte einen Schüler namens Schwanhardt und dieser Schüler Schwanhardt hat nach dem Tode von Kaspar Lehmann 1622 das Glasschneideprivileg geerbt. Und Schwanhardt hat diesen Pokal hergestellt. Er trägt also die Handschrift von Kaspar Lehmann und insofern ist es auch sehr schön, dass man diesen Pokal, der zumindest die Handschrift von Kaspar Lehmann trägt, hier in Uelzen vorfühlt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.